Oh. Oh oh. Naja, das kriegen wir auch noch hin. Das macht Slade jetzt ganz gut. Hier, komm. Das hat keiner noch. Hat er drauf. Wunderbar. Und jetzt ist er auf Level 8. Das ist ganz toll. So, hier hin. Peter macht ja nichts. Unbrauchbarer Vogel. So. So, dann heilt Sarah nochmal. Nein. So, dann Kasim. So, wir haben unten jetzt noch diese beiden hier. Okay. Na gut, da können wir mal hier so ein bisschen ganz Flux angreifen. Das sollten wir wohl hinkriegen da unten. Den Schleim, Dingsbums und die alte Hexe da. So, dann darf sie sich auch nochmal selber heilen. Gut. Guti gut. Gut. Guti gut. Guti gut. Guti gut. Guti gut. Okay, kann er noch gar nicht angreifen. Doof. Das ist doof. Dann kommen wir das nur mal hier. quasi hier hin. Ja, diese Mistfledermaus kommt jetzt auch noch runter. Das ist nicht so schön. Oh, oh. Oh, oh. Oh je, oh je. So, dann kann Kiwi den mal angreifen. Den Schleimbolzen hier unten. So, Slade, der... Ja, bleibt hier. So, Bowie kann den auch mal angreifen. Oh, nicht schlecht. So, ich würde sagen, Sarah kann jetzt hier nochmal nach Chester heilen. Oh, und der will zwölf. Wunderbar. So. Ich würde sagen, die greifen jetzt beim Nahkampf an. Dafür hätte ich jetzt vielleicht auch die Lanze ausrüsten sollen. Das wäre natürlich besser gewesen. Ich habe es jetzt total vergessen. Egal. So, dafür brennt die Hexe. Okay. Schade, ich dachte, das hätte funktioniert. Aber Level ab ist schon mal gut. So, jetzt aber wupp. Wupp und weg. So. Dann warten wir jetzt mal hier auf diese Blödis. Oh, ich wusste. So ein Mist. Ich habe gerade noch gedacht, Mist, dass ich die da so blöde hingestellt habe. Oh nein. Oh nein. Nicht Kiwi. Toll. Blödes Mistrieb. Ach. Extrem ärgerlich. Ja, da kann Slate hier auch nochmal angreifen. Oh. Vier insgesamt. Wow. Ja, dafür ist er jetzt auch kaputt. Ja. Krass. Nicht schlecht. So, ich würde aber sagen, die alte Hexe ist viel gefährlicher als die Fledermaus da. Und Level 11. Das ist gut. Guti, guti. Oh, oh. Er greift auch mal an. Nicht schlecht. Interessante Attacke. Ja, schade, dass sie jetzt nicht so gut steht. Aber egal, wir machen jetzt trotzdem platt. So, komm. Wir machen jetzt alle kaputt hier unten. Ach Mist. Schade. Klatsch. Klatsch. So. Hat er erstmal einen Speer in den Rücken bekommen. Dumm gelaufen, oder? So. Jetzt greifen wir nochmal den Vampir hier an. Vampir Fledermaus. Und Level Up. Das ist schön. Wunderbar. So, jetzt haben wir noch einen da oben. Den wir jetzt gar nicht so erreichen können. Wenn er mal Peter platt macht. Hat er auch mal was getan hier. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hier. Äh. Hier kommen wir natürlich nicht her. Ähm. Ja. Gehen wir mal hier rein. Okay. Okay, das sieht wie die Kirche aus. Okay, hier ist nichts. Okay, gut zu wissen. Okay, wird auch verschlossen sein. Ja, dann gucken wir mal weiter hier. Ah. Oh. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020